Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video auf Palia-Tipps. Heute habe ich eine super Gruppenaktivität für euch, die gleichzeitig euer Insektenfang levelt und für ordentlich Geld sorgt. Dafür braucht ihr einen Honigköder. Auf den Boden gelegt, loggt ihr für einige Zeit viele Insekten an. Wirklich viele. Daher macht das am besten in einer Gruppe oder zu zweit, leert vorher euer Inventar und nehmt ordentlich Rauchbomben mit. Das Rezept für den Honigköder bekommt ihr ab Level 7 im Insektenfang für 2000 Gold bei Auni. Zur Herstellung benötigt ihr einen Goldbarren, die Erze könnt ihr finden, indem ihr Eisenvorkommen zerschlagt, Drachenbart-Torf, das es an der Küste bei Hari Bays gibt und vier Äpfel. Legt den Köder nun an einer Stelle aus und versucht so viele Insekten wie möglich zu fangen. Viel Erfolg und viel Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne einen Kommentar, abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen und schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Da streame ich nämlich täglich von 10 bis 20 Uhr. Ansonsten bis bald auf Palia-Tipps.